Och nee, was für ein Knistern. Angeblich wieder Internetprobleme. Und wieder konntest du deinen Lehrer nicht verstehen. Und dann war dein Bildschirm schwarz. Ja, die letzten Monate waren von Homeschooling und Wechselunterricht geprägt. Wir wissen, wie hart das sein kann und dass du die ein oder andere Lernlücke nicht vermeiden konntest. Doch du bist nicht alleine. Wir sind an deiner Seite. Wir sind dein Lernkumpel. Die Merkhilfe schließt kostenfrei deine Lernlücken. Kein Witz, dafür stehen wir. Nutze jetzt die Sommerferien und lerne auf unseren YouTube-Kanälen. Drei Kanäle, fast alle Fächer, einfache Erklärungen. So, funktioniert's garantiert. Nutze die Chance. Hole dir den optimalen Lernboost und Lernlücken. Ade. Also, worauf wartest du noch? Leg direkt los. Mit uns, bei uns. Wir sind die Merkhilfe. Wir sind deine Merkhilfe.